Hi! Wir sind Laar, ein neues Konzert, voll geil gewesen. Peace! Du musst noch etwas sagen für den Reto? Für den Reto? Wer ist der Reto? Wer ist der Reto? Wer ist der Reto? Ah! Der mit dem geilen Tattoo! Ich möchte mal... ...einen geilen Tattoo. Wolltest du auch Modellstoffe für den Tattoo? Nein, nein, nein! Ich möchte mal sein Tattoo auflegen. Oh! Und was soll das an seinem Gebrauch? Wir sollen es im Wagen erzählen, du hast es versprochen. Er soll mal zu tun, nach Sylvain Gertsch zu suchen. Haha! Bist du dich da und schon nicht? Ja, oder? Peace! Was du für Zwege hast... Tiff, verspricht mir, dass ich das von ihr kiffe. Kiffe für dich! Drogen! Sag noch etwas lief! Zumindest nicht. Nein, das ist nicht lief! Also ja, zumindest sieht er das Darkie nicht. Aber ähm... Ah! Hört doch auf! Von dem grossigen Neon-Grün irgendetwas zu machen! Neon-Grün-Skumbi-Baueli! Hört! 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 Vielen Dank.